Hallo, seid gegrüßt zurück in PlanetCraft. Letztens waren wir hinten bei dem Schiff, wie ich glaube da hinten war da ein Durchgang und da waren wir bei dem großen Schiff, da kann ich keinen Eingang finden, irgendwie komme ich da einfach nicht weiter, ich sollte mal vielleicht nach Hause gehen. Hallo, seid gegrüßt zurück in PlanetCraft. Ich habe es ja mehrfach versucht, nachdem ich auch offline war, habe ich es noch ein paar Mal versucht und ich kann euch sagen, ich habe es nicht geschafft, ich habe es echt, ich habe gedacht, ich kann euch nicht so viel wurmeln mit dem da ständigen testen, dann habe ich es offline noch gemacht. Ah, da geht es ja auch noch rein, das habe ich gar nicht mit, oh Alter, das habe ich doch gar nicht gesehen. Ja, wie cool, okay, aber jetzt erstmal, ist das ein Traumschiff? Was ist das? Hallo, 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 aber hallo. Ah nein, da kommt was runter. Oh ja, wie geil, oder? Moment. Juhu, echt coole Socke, oder? Das ist mein Obsidian, oder? Jawohl, ich habe es gefunden, endlich Obsidian. Juhu! Kleine Freuden-Schreie! Jo, jo, jo! Wir sind froh! Hallo, hallo! Obsidian ist da! Und was für ein Klotz! Kann ich gar nicht alles mitnehmen? Geht das jetzt weg da? Ah, ich muss mal kurz... Warte mal, ich hab doch Licht! Und bitte mal ohne, ne? Oh, cool, oder? Ja gut, ich muss es anmachen. So, heute wieder Planet Craft. Wir sind hier auch auf dem Vormarsch. In neuen Gefilden. Und was ist das? Iridium. Coole Socke. Und das ist... Lava! Oh! Uhuhu! Bitte nicht reinspringen! Spinnst du? Aber es will mich reinlocken! Hehehehe! Und ich sollte Acht geben. Und, was haben wir da schönes? Ungewöhnliche Larve! Habe ich das überhaupt schon mal gebunden? Coole Socke, oder? Vielleicht gibt's da noch mehr? Oh! Nein! Was war das? Ich bin reingepackt, oder? Das sollte nicht sein, oder? Ja, das sollte... glaub ich nicht sein. In dem Fall mach ich's jetzt nicht, weil das ist mir zu heikel hier. Euch nehm ich gern mit. Ungewöhnliche Larve! Natürlich! Komm mit zum Papi! Apropos Papi! Hä? Ich hab grad wieder ne... 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 ne Fishing-Mail oder so ne Nachricht gekriegt. Leute, passt auf! Sie sind wieder aktiv. Hallo Papa! Ich hab ne neue Telefonnummer. Hä? What? Er hat noch nicht mal ne eigenes Telefon. Wie geht das? Boah, cool. Kann ich da auch rein, irgendwann? Ich frag wie ein Freund. Ich glaub, das bringe ich jetzt dann erstmal nach Hause und mache den Würmsche, ne? Ähm... Ja, bitte nicht sterben hier. Das wär... Ich lass das Iridium mal, falls ich so ne ungewöhnliche Larve nochmal finde. Da müsste es eigentlich jetzt dann meine Hütte geben. Nein, da war ich noch gar nicht. Jetzt bin ich unten drin. Boah, cool. Okay. Coole Socke. Ah, 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 ah! Die nehm ich doch. Die will ich doch. Die hätt ich doch gern. Oh ne, was mach ich jetzt? Ähm, 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 ähm... Ich mitnehmen, ne? Und dich kann ich nicht. War ich wieder zu gierig, ne? Boah. Also, ich muss raus. Seltene Larve. Scheiße. Gemeine Larve. Die hab ich doch, oder? Ich muss zurück. Ich muss hier raus. Ich muss wiederkommen. Oh, geil! Das ist ein schönes Bild, oder? Aber ich glaube, ich komme hier gar nicht raus. Wie mach ich das? Am besten nicht sterben. Auf jeden Fall. Da wurde jetzt regend. Komme ich da hoch? Was ist das? 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 Guck mal. Wieder an. Ich muss hier raus irgendwie. Oh. Vielleicht komme ich da hoch. Okay, ich... Ah, dahin muss ich... Aber ich gehe jetzt grad... Ich glaube, ich sollte nicht da rein. Nein! Nein! Warum kann ich das... Ich muss das ganze Stück zurück... Ich muss durch die Höhle zurück... Nach hause. sonst verliere ich alles. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wo gehts rein da, oder? Das müsse ich doch gewesen sein. Jo, im Schnelltempo, aber zack, zack, los. Ja, wie geil, oder? Coole Socke, hier sind wir doch schon. Und hier geht's zum Schiff rein, ne? Und was haben wir hier? Ich bin begeistert. Oh, geile Scheibe. Komm, ich muss zurück zu meiner Putze. Wo ist die? Ich meine, Sauerstoff habe ich genug, ne? Da ist sie. Wir müssen zum roten Licht. Wir müssen zum roten Licht. Oh, cool, oder? Okay. Okay. Dann trinke ich und gehe raus. Das müsste sein, oder? Das müsste mein rotes Licht sein, den Ausgang. Dann gehen wir mal schnurstracks nach Haus. Ja, das ist es. Wie geht's euch beiden? Wo muss ich hin? Ich muss raus. Irgendwie muss ich raus. Aber nicht hier, oder? Der baut jetzt keinen Schreis, Junge. Immer da hoch. Komm ich da hoch? Da komm ich hoch. Alles gut. Gut. Ah, sehr gut. Freut mich für dich. Oder für euch, ne? Wohlgemehr. Jo, ich bin hoch. Cool. Abmarsch nach Hause. Oh, nein, nicht da runter. Nein, nicht da rein. Äh, komm ich da irgendwie raus? So was nennt man Cheaten. Das ist nicht gut. Aber ich bin auf dem besten Weg, nach Hause zu kommen. Heile. Jo, sehr gut. Geile Scheibe. Ist das schön, oder? Mein Planet. Sobald's grün ist, kommt die ja. Dann grillen wir. So, jetzt mal gucken, was ich hier alles anstellen kann, heute. Perfekt. Muss ich erstmal was trinken. RL. RL. Halt, ne? Hier sind wir doch schon. Mit einer extra Schleife. Rolle in die Tür geknallt. Jo. Hallo Welt. Rechts klicken, um Token zu erwerben. Was? 100 Teratoken. Ach so, die kann ich nehmen. Jo, okay. 100 Token erhalten. Dank. Wenn ich gleich lesen würde, könnte ich es gleich nehmen, ne? Hm. So, jetzt, so wie es schaut aus, jetzt erstmal das Triebwerk rausschmeißen. Ob es Osmium starb? Hallo? Okay. Ob sie denn irgendwo irgendwas... Moment. Osmium. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 4, 5, 9. Ich kann doch keinen Osmiumstab. Hallo? Doch, noch nicht. Doch nicht. Protus, mach langsam. Ja, ich kann keinen machen, hab aber einen gefunden. Okay. Dann, das beste. Uranstäbe. Gleich zwei gefunden. Teuer, teuer. Ein Triebwerk. Das mach ich gleich mal hoch. Zu unseren Triebwerken. Hallo? Hopp. Rein mit dir. Sehr schön. Dann... ...wird ich mal die ungewöhnliche Labe... ...oder... ...die ist doch neu, oder? So, meine schönen Bienen. Ungewöhnliche, gemeine, seltene. Ah, ich hab gar nichts Neues gefunden. Und ich hab gedacht, ich hab was Gutes gefunden. Äh. Boah, ey. Voller Reinfall. Wenn man nicht mehr weiß, was man hat. Die Bienen kommen raus. Dann... ...was brauch ich jetzt? Ungewöhnliche Mutationen und Dünger. Äh? Mutagenstufe 3? Okay, das ist ja jetzt irgendwie noch Zukunftsmusik, oder? Und ich will umbauen. Also, Mutter gehen, und... ...kann ich die auch reinhauen? Geht das? Ne, die bekomm ich nur, die kann ich nicht reinmachen. Seltene. Okay. Was ist jetzt besser? Selten oder ungewöhnlich? Ungewöhnlich. Also, ich bin besser. Ich weiß aber. Und du natürlich auch. Aber... Ich brauch jetzt ein Mutagen. Hallo, hast du ein Mutagen? Gibt's da? Ich denke nicht. Ich hab das Material nicht, oder? Ja. Ja. Mach mal aus. Mutagen. Gib mal ein Mutagen. Dünger. Jetzt, was brauch ich fürs Mutagen? Bakterienprobe. Schwefel mit. Mann. Sauerei hab ich ja immer noch nicht aufgeräumt, weil ich nicht mehr da war. Also, ich glaub, an Schwefel fehlt's. Dann... ...wollen wir mal Schwefel und bauen heute vielleicht um. Aber es ist immer so ne öde... Für mich nicht, aber vielleicht für euch halt öde. Wer lesen kann, jetzt den Vorteil. Schwefel. Hier steht's. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Schwefel. Komm. Sehr gut. Was ich an dem Spiel mag... Den Zaun, den frag ich so unheimlich. Nö, du musst ja da zurechtkommen. Ja, stimmt. Ja, ich mach mir immer zu viel Gedanken. Das ist das Blöde. Das sollte ich mal lassen, ne? So, hast du recht. Ich geb dir recht. Ach so, jetzt muss ich erst mal das rein... Den Schwefel... Da geht's rein. Alter, da geht's rein. So, jetzt. Wieder gehen. Bakterienprobe hab ich nicht. Gehen die? Die müssen gehen. Also, die gehen. Habe ich die irgendwo rein schon? Ne, hab ich nirgends. Dann... Baum, Wasser... Zwiebel, äh, Kürbis. Wo soll ich die rein machen? Vielleicht hier? Ah, da hab ich die Muttergen... Da hab ich die Muttergen... Dann, Muttergen... Müttergen... Und... Dünger. Bämms. Okay, läuft. Drei, sieben... Lottozahlen kommen durch. Zehn... Dreizehn. Sehr gute Zahl. Gefällt mir. Aquar. Okay, dann trink mal. So. Ich muss... Es hat keinen Sinn. Ich muss... Ich muss... Äh, umbauen. Das... Das ist jetzt durcheinander. Das können wir so nicht lassen. Wo hab ich die... Äh, Eisen hingeschmissen? Hab ich die wieder alle vorgemacht? Das ist auch wieder typisch, ne? Komm, hau das Zeug raus. Es kommt gut und guter Stoff. Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. Jetzt ist alles durcheinander. Vor allen Dingen, wo mach ich das hin? Das, ähm... Spezialteil da. Was ist da? Da, 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 da. Wo kommt das hin? Äh, Aubergine. Gürbis. Mach ich mal hier rein. Lass mich mal vor. Schnell. Ich muss, ähm... Essen. Und ich glaub, es kommt was runter. Was ich brauch. Das mach ich mal hier rein. Das Obsidian hab ich für irgendwas gebraucht. Ich weiß es nicht mehr vor. Ich weiß es nicht mehr raus. Habe ich Jetpack 3? Ich denk schon, oder? Mann, merk dir das doch mal. Irgendwo da. Ich glaub dich. Nein, den hab ich. Oder? Mikrochip-Dekonstruktion 2 hab ich, ja. Ah, da. Mikrochip-Karte. Genau. Ermöglichst die Anzeige der Karte von überall. Könnt nicht endlich. Jetzt ist es aber auch Zeit, oder? So, 2 Alu und ein Obsidian. Cooles Socken. Endlich. Das mach ich mir gleich. Bei Alu. Nalu. Nalu. Du Alu. Hehehehe. Und? Oh, das hab ich jetzt gar nicht gehört. Ich glaub, die Musik ist zu laut. Wie ist mit dem Ton von mir? So, jetzt gucken wir mal. Oh, raus her. Kannst reingucken. Muss ich irgendwas ändern an dem Ton? Oder ist es okay, wenn ich rede und die Musik? Ich muss da jetzt hoch. Ich muss jetzt gucken. Und der Karte geht so hoch. Mensch, geht so hoch. Yo, wie cool. Endlich. Geile Socke. Was ist das? Das ist Uran. Da hinten drin ist die Höhle für Uran. Geil. Da gehen wir gleich hin. Ich brauch Uran. Was ist das? Eisen, oder? Und das ist Osmium. Iridium. Silicon Valley. Alü. Okay. Ah, und hauptsächlich Schwefel brauch ich ja. Moment. Da war ich. Da hinten war ich. Und da unten geht's rein. Da war ich. Genau das war's. Das ist geil, oder? Jo, jetzt gibt's kein Hindernis mehr. Jetzt wird alles gut. immer die Versprechungen, oder? So, ich will nach da hinten. Aber erst geh ich mal rein. Wir müssen ja Kohle anschaffen, ne? Äh, das hört sich auch komisch an. Das war falsch. Halt, Vorsicht. Das ist aber eine... Wir müssen Token ranschaffen. oben. Okay. Was muss ich noch machen? Ne, passt, man hört beide sehr gut. Ah, danke für das, äh, für das Update. Mikrochip Bauplan anheften. Also zum Anheften. Ermöglicht das Anheften eines Handwerksrezeptes. Rechtsklick auf ein Objekt. Ah, das ist, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Oder? Dann kann ich's, äh, mal so und dann rechtsklick. Muss ich da jetzt. Ah, dann brauche ich Stufe 1. Okay, dann... Ein Alu, ein Osmium, eine Superlegierung. Ein Alu. Ein Superlegierung. Ein... Osmium. Ein Magnesium. Und zwei... Bla, Bla. Äh, Kobalt. Okay. Kobalt hat einen neuen Namen. Wir nennen es Bla, Bla. So, dann mache ich mal den ersten. Den hätte ich. Aber der Ton von... Von der Station ist zu leise für... Oder? Also bei mir ist es zu leise. Er kommt nicht drüber, ne? Oder? Habe ich das jetzt auch falsch? So, dann... Den zweiten. Ein Methan, ein Osmium, ein Zeolit. Methan, Osmium, Zeolit. Zeolit. Rosmium. Methan. Äh... 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 Können wir auch. Den Rest schmeiße ich nach hinten. Halt, erstmal nach hinten. Da kommt jetzt auch einiges rein. Äh, ist auch geil, oder? Da ist voll. Da ist voll. Da ist voll. Ja gut. Ja, komm. So. Moment, ich muss mich mal richtig... Ich bin doch noch gar nicht richtig angekommen. Jetzt. Dann's Mikro. Ach doch, sorry. Und? Achtung. So. Achtung, könnte noch mal laut werden kurz. Ich muss das Mikro noch mal... ein bisschen... Und dann muss ich auch was trinken. Hm. Hm. So, jetzt geht's. Jetzt bin ich wieder raus. Ähm... Ähm... So. So. Halt, da. Hammer 1. Das reicht. Auch nur eins. Und hiermit haben wir einen Mikrochip-Bauplan an Hefter. Stufe 2. Hat er jetzt gleich reingedrückt. Okay, wir heften uns was an. Und zwar... Was will ich heften? Was soll ich heften? Ach, den habe ich noch nicht gemacht. Raumanzug-Displayer. Setzen Sie ein Raumanzug ein, um ihn zur Schau zu stellen. Rechtsklick. Oh, jetzt ist es süß, da oben links. Aber ein bisschen klein, oder? Äh... Was ist das? Vor allen Dingen, was ist das? Quarz, Quarz. Quasar-Quarz. Halt, richtig lesen. Quasar-Quarz habe ich noch gar nicht, oder? Nö. Also, Endhälften. Ah ja, okay, okay, okay. Was brauche ich noch? Moment, kratzen. Entschuldigung, aber ich muss mich kratzen. Ich habe geduscht. Nicht gleich wieder böse werden. Maschinenoptimierer habe ich. Wilderraumshandelsrakete. Ja, da muss ich mal was reinglatschen. Also, umbauen. Wieder zurück. Ich will eigentlich Uran besorgen, genau. Puscht. Und ich muss das irgendwie versorgen. Da müssen wir noch mal hin. Aber ich habe es ja offline noch ein paar Mal versucht. Echt, ich habe es... Ich bin immer abgestürzt. Oder ich habe keinen Eingang gefunden. Irgendwie geht es da nicht weiter. Wenn ich noch mal reingehe, nehmen wir es mit. Ist denn schon wieder das Jahr vorbei? Ja, war vorbei für mich. Ich war... Wir waren im Schwarzwald unterwegs den ganzen Tag. Und... Und... Ein Pötchen fahren am Tittisee. Und da hat die Sonne so geprägelt. Also musste ich das alljährliche Duschen vorlegen. Ich weiß, es ist noch nicht Weihnacht. Also hast du noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Also keine Panik. So, komm. Wir gehen nach hinten. Ich habe genug Zeug dabei. Müsste eigentlich passen. Ich möchte mal kurz... nach da hinten gucken. Zum... Iridium. Osmium. Ah Gott. Was wollte ich jetzt gucken da hinten? Ah, ich habe doch die Karte, Mann. Ja, hinten ist es. Da muss eine Höhle sein. Hölle, Hölle, Hölle. Ne, falsches Lied. Ne, da kann ich auch belangt werden, oder? War das schon zu viel gesungen, oder? Geht das noch durch? Man weiß es nie, ne? Junge, jetzt können wir echt mal eine Grillparty machen. Sehr gut. Coole Socke. Ich muss ja auch das... Oh, Evoi. Cool. Schön. Warum ist es doch ein Schlagerlied? Ja, darf man doch nicht, oder? Darf man es trotzdem? Meinst du? Ich werde nicht angezeigt. Das ist ja blöd, oder? Das ist ja doof, wenn mein Standpunkt nicht angezeigt wird. Was bist du? Gemeine. Gemein. Sind wir manchmal selber. Also ich habe es so gelernt, dass man ja mittlerweile gar nichts mehr machen kann. Ich war im... Also ich habe gesungen, also in einem Männergesangverein. Man glaubt es kaum. Und... Später hieß es immer, wir dürfen nicht, ne? Äh, was ist das da? Hallo? Hallo? Ja, aber die Funzel hilft auch nicht, oder? Also nur schwarz hier. Hä? Ich sehe nichts. Also echt? Also... Da kannst du ja gar nichts finden, oder? Na komm. Mach mal zurück. Ups. Da war ich noch nie. Oder? Kann ich da was abbauen? Nö. War ich da schon? Ich weiss es echt nicht mehr. Halt. Gerade? Hä? Jetzt ohne Scheiß. Ich... Ach, das ist weiter rechts. Das bin ich, oder? Das... Da? Kann es sein? Das ist er? Oh, sorry. Ich brauche Sauerstoff. Futter und Aqua. Hast du keine Fackel? Ein Eisen, ein Magnesium. Eigentlich, eigentlich hast du recht. Titan. Ich nehme es jetzt mit. Aber ich bin zu weit. Wo ist der Triumphbogen? Das ist der Bogen, oder? Wo ich stehe. Ich muss mal erst mal... Wow! Heiliges Kanonenrohr. Yay! Geile Scheibe. Das ist das Schiff. Wo ist das? Da ist es. So, orientiere ich mich halt an dem Schiff, oder? So, dann... Hinter mir leicht. Hier stehe ich, oder? Auf der Zunge. Da. Dann müsst ihr gerade da sein. Ich muss es echt angucken, ich bin hin und weg. Von dem vielen Gedöns hier. Das ist schon schön. Das ist unser Verdienst. Ich bin der Beste. Das ist meine, weil... Ich schaffe sie mir, wie sie mir gefällt. Ups. So, da geht es rein, oder? Da leuchtet es. Da sieht es danach aus, oder? Komm schon. Ups. Nur eine Kiste. Aber die nehme ich auch mit. Und? Gemein. Ah, die gibt es wenig, oder? Aber ich habe sie immer noch nicht gefunden. Ist es gemein? Das ist gemein. Das ist schon blöd, oder? Ne, ich bin irgendwie total falsch. Ach, das ist gerade vom Raumschiff. Da ist dazwischen gar nichts. Dann muss ich nur da hin. Ich bin zu weit. Rein. Lass mich noch mal zurück. Wenn ich die Kiste... Ah, da, 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 da. Erst mal. Da war es halt nicht abhauen. Okay, 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 okay. Oh, guter Stoff. Oh, guter, 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 guter Stoff. Oh, da bin ich ja gewillt, echt einiges wegzuschmeißen, ne? Oh, ich hätte lieber einen Mikrochip. Oh, cool. Wie die wohl riecht? Oh, ich wollte nicht wissen, wie die stinkt. Wenn das so eine Fliegenfalle ist, ne? Da hinten ist noch ein Frackteil. Das muss ich mir ja merken. Da. Wollt jetzt gerade schießen? Erst mal abkühlen. Oh, geil. Oh, mhm. Oh, mhm. Erst mal. Bring mal. Ja, den guten Stoff muss ich schon mitnehmen, oder? Wir kommen wieder. Keine Frage. Jetzt da, bis es reingeht. Irgendwie. Oh, mein Gott. Find ich das nicht? Find ich so blöd? Ja. Ja. Geh da. Da, da, 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 da. Da muss ich irgendwo reingehen. Komm, geh rein. Komm schon, enttäusch mich nicht. Gott, ich find's ein blödes Teil zu finden. Und los heute. Okay. Irgendwie muss es hier sein. Ja, da ist noch ein Stück Grün. Das Ende vom Grün. Ja, da fängt schon wieder das andere an da. Oder? Ja, das muss hier sein. Das hätte ich jetzt schon gern gewusst. Ja. Vielleicht da oben, ne? Ja. Das ist der richtige Glotz. Ups, was bist du? Ungewöhnlich. Was bist du? Gemein. Ich auch. Ich darf mich jetzt nicht verhaspeln. Ich muss jetzt nach Hause. Ich komm wieder. Ich schmeiß das Zeug raus. Ja. Ja. Das wurmt mich, wenn ich es nicht finde. Hallo? Nicht drüber. Nicht reinfallen. Irgendwie ruckelt es. Also, unsichtbare Bogen hier. Irgendwie ist da jetzt gerade der Wurm drin. Ich stehe drauf. Irgendwie da. Na, komm ich noch dran. Vielleicht von hinten rein. Ja. Also, ich würde dann von hinten rein gehen. Wenn ich mich, äh, übergeben habe. Äh, entleert habe. Hallo? Na, raus. Es ist jetzt nicht so weit. Ich glaube, ich muss jetzt nachher schon den Ventilator anmachen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anzieht, wenn der Rechner heute so war relativ äh, angenehm den ganzen Tag. Aber jetzt, äh, fange ich an zu schwitzen. Vielleicht, weil ich wieder einen Raumanzug machen muss. Hehehe. Ja, ist gut. Hallo? Trautes Heim. Glück allein. Ähm, äh, uh, hör auf mit E. Hör mit U, äh, äh. Okay. Für... Okay, 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 okay. Ich hau euch da rein. Moment, ich hab ja das... Äh, ups. Sie ist... Osmiumstab. Kann ich ja zum Osmium tun, oder? Das ist eins zu früh. So, ne? Dann haben wir das, was reicht. Perfekt. Zeolitstoff, Osmium, Iridium, Uran, äh, hell. Aber trotzdem cool. Und, äh, Zeolit, wo habe ich das hin? Das müsste doch... Ah, da ganz vorne. Okay. Nur eins. Nur eins. Schwefel mache ich vor. So. Schwefel in Zauerei rein. Ja, ihr wisst Bescheid. Mach mal was. Kann nicht mehr. Was fehlt dem? Ah ja, okay. Die... Machen wir. Drei Stück kann er machen. Dann Bakterienprobe. Soll er mal einen Stall voll machen. Aber jetzt müsste es fertig sein, oder? Ja. Ah, die kann er auch noch nicht mehr. Was fehlt da? Alge. Oder? Ja. Ach, Algen sind ja immer noch das Problem. Dann, liebe Leute, lasst euch sagen. Wir holen das mal raus. Und machen den Klaus aus. Dann schmeiße ich... Boah. Jetzt... Jetzt hat es keinen Wert mehr. Hör auf mit... Ich brauche Wasser. Kein Sinn mehr, hier rumzudümpeln. Alles durcheinander. Es geht nicht. Jetzt wird die Sauerei immer größer. Wird gleich wahnsinnig. Boom. Scheibe. Aber wortwörtlich Scheibe. Ich bin ja an die Scheibe geknallt. Ich muss Kohle herschaffen. Auch Geld. Wir müssen eine Sache verkaufen, hier. Wir beginnen mit Kakao-Samen, oder? Und Weizensamen. Fälligste. Könnte ich mir schon kaufen, ne? Oder? Ich habe ja schon 250 Tokens. Boah. Kochstation. Ist ja auch billig. Sofa brauche ich keins. Bett brauche ich auch keins. Ich bin im Schlaf... Im Stehen. Großer... Baumsamen. Welkia Fischeier. 4000. Okay. Das ist Zukunft. Kakao und Weizen. Kann ich mir leisten. Komm. Äh. Oder? Ja. Handeln. Echt? Geht die los weg, weil ich das möchte? Ich versuch's mal. Ja, scheint so. Oh, teurer Spaß, oder? Für zwei... Für zwei Samen eine Rakete starten. Ey, komm. Bring das Zeug zurück. Wow. Also scheint die Umwelt im Griff zu sein. Äh. In bester Ordnung zu sein. Oder? Kriegst du da. Elektro. Die beiden Samen jetzt endlich raus. Gehen wir auf den Samen... ...rang. So. Nein. Euch leer machen. Nein. Nein. Dann Aquadestillator. Dann muss ich die Algen holen. Und für die Algen sollte ich noch ein bisschen mehr Produktion haben, oder? Boah. Jetzt wird's knapp. Tada. Die hau ich jetzt einfach mal rein. Was wollt's? Das ist sowieso alles durcheinander. So. Dann Algen. Erstmal das Wasser raus. Meine Fresse ist ein Durcheinander. Ja, komm. Ich bin mal von hinten. Ja. Blups. Oh. Ja. Geh mir her. Geh mir her. Geh mir her. Geh mir her. Bin ich froh, wenn das automatisch irgendwann geht? Da. Also ich hoffe halt, ne? Das geht irgendwann automatisch. Da wär ich ja zipzig. Oder in Sklaven. Irgendwie. Da sind doch genug Schiffe abgeschützt, oder? Da nix über. Also ich hab nix gegen Sklaven, wenn ich's nicht bin, ne? Voraussetzung. Das wär schön, wenn hier ne Tür wär. Nase. Nase. Ohngeziefer. Da muss ich ne riesen Produktion anmachen, oder? Weißen sich da in Silizium. So. 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 Achso. Ich kann's ja jetzt anhiften, ne? Aber die ist so klein, oder? Also echt. Und jetzt geht's nicht weg. Oh. Dann ist's auch blöd, oder? Dann muss ich doppelt drücken. So. Das ist doch schon besser. Leider. Bist du im Weg hier? Ja. Ja. Und hier muss ja auch Licht rein. Oh Leute, ist das drauschen. Achso, da hat er es verbrannt. Gebratzelt. Es wird's gefährlich. Hab ich die hingeschmissen? Finde ich nicht mehr. Rechts. Ey, das hat kein Sinn. No. No, 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 no. Das hat kein Sinn. Okay. Warum schmeißt ich jetzt nochmal rein? Wohl die restlichen Alten. Und fang an, das Lager umzubauen für die ganzen Schmetterlinge und so, ne? Scan-Material, wollte ich sagen. Kann ich nicht mehr lassen. Habt ihr übertrieben? Ja, ja, Wasser. Bitte, du bist doch im Wasser. Hast du noch zwei Platz? Komm. Achso. Hehehe. Hallo? Noch nicht fertig. Kannst du lesen? Ich brauche ein Bild. Darum. Okay. Dann. Würde ich sagen, das ist schon lange nötig gewesen. Scheibe. Schön, oder? So. Dann. Den Rest an. Seetang, oder? Was ist das? Kann man einen guten Salat draus machen, oder? Das eine will mich echt bomben, oder? Ah, jetzt kann ich es mitnehmen. Noch nicht fertig. Okay. Dann bleib doch, wo du bist. So. Und jetzt noch das Letzte. Ganz in der Nähe, oder? Nein. Ach, die habe ich als erstes mit. Okay. Raus. Dann machen wir... Oh, Innenwand. Nein, das brauche ich noch nicht. Da gibt es doch noch größere Segmenten. Ja. Aber... Ich habe den Bauplan ja noch gar nicht. Das ist blöd. Ich muss gerade überlegen, wie ich es mal handhaben soll. Warum bin ich auch noch nicht angegangen? Lass mal auf. Kann ich das... Wo ist das? Dass da Inkubator... Eine bin Baumbrinde, Dünger, Stufe 2. Superlegierung, Sauerstoff. Okay. Baumbrinde. Dünger, Stufe 2. Da ist alles durcheinander, ne? Superlegierung und Sauerstoff habe ich sowieso. Eigentlich kann ich es ja auch hier außen machen. Ich habe jetzt hier vier... Oh, da wumselt es nicht schlecht, oder? Guck dir das mal an. Gemeine Larve. Gemeine. Gemeine. Ungewöhnliche. Hey, oh... Nein, ich muss es reinmachen. Oh, das ist blöd. Oh, das ist fies. Wer hat es ins Freien gegangen? Um... Nein, ich muss es nicht kurz machen. Hm... Um... Okay, okay, um... 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 Oder ich mache alles nochmal drauf. Ja, mache ich. Ich mache nochmal das drauf. Dann Titan und Superlegierung. Wie brauche ich? Habe ich vier? Ah, ja. Hat vier Stück. Eisen habe ich vorne. Ja, ich stelle den mal da hin. Mal aus dem Weg stellen. So. Dann kann ich nämlich innen hoch... Achso, ich soll sie da anmachen, ja. Äh, zwei Superlegierung. Ja. Geh hoch. Äh. Scheibe. Jetzt kommt schon. Bin jetzt die Lichter im Weg, denke ich. Ja. So. So. Ich drücke ständig rechts. Ich weiß auch nicht. Dann zuckt der Finger, ne. Ey, blöder Hund. Dann kommen aber die Türme nicht mehr so zur Geltung, ne. Das ist ja auch blöd, oder? Ab einem Tod muss ich sterben. Also schlimm ist es nicht. Da müssen die Türme halt nochmal zwei hoch. Um, 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 um. Wie machen wir das? Um, her. Um. Um. Wie machen wir das? Nice. Okay. Dude. So. Shh. Wieso geht das nicht? Das muss doch gehen, oder? Hä, ich verstehe das nicht, warum geht das nicht? Achso, war ich im Weg, oder was? Hallo? Nein! Was soll jetzt die Scheibe? Echt jetzt? Blöder Hund war Fridolin, echt. Noch mal ein Eisen. Ach, Silizio. Kommt, gib her. Ach, Mama. Echt? Habe ich jetzt die Larven zerdrückt? Oh, das tut mir aber leid. Ja. Ab durch die Gasse. Nö, das gefällt mir nicht. Dann mache ich noch bis vor eins. Oder? Ich muss schon ins Bild passen, sonst ist das nichts. Ja, geht. Sieht nicht schlimm aus. Ja. Aber der Abschluss gefällt mir nicht. Ach, deswegen sind sie nicht in der Mitte. Okay. Egal. Aber da kriege ich keine Tür rein. Jetzt haben wir halt immer die tolle Aussicht. nicht. Spielt keine Rolle. Dann. Mal. Mal. Mal langsam, Junge. Mal langsam, ne. Ich muss erstmal so den provisorischen Schrank kommen. Um den Schrott reinzuschmeissen. Oder halt das überschüssige Material. so aus kann ich die in die mitte machen es geht nicht das ist die scheibe es wäre geil ja das nervt ich will das in der mitte haben da kommt ja noch ein größeres modul ich weiß dass dann kässt mich an wenn ich jetzt das weiter vorsetzt nein es gefällt mir nicht gefällt mir nicht ich müsste in der mitte gehen können also muss ich los aber dann sind die türme auch zu eng vielleicht hat es platz und 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 Das kann ich gar nicht weg. Nein, ich bin echt. Das ist heute, oder? Nein, dann hat es keinen Sinn, dann werde ich gucken, wie ich es da anschließen kann an die Türme rechts und links. Mal gucken, ob das klappt. War ich jetzt schon wieder in die Jugend? Ich hole schnell das Superlegierung. Die und die. 4, 5, 6, 7, 8. So, dann muss ich ja eigentlich links rein machen. Ja, geht. Ja, okay. Ginge. Aber ich bin nicht dran. Nee. Oh Scheiss. Aber das wird gehen, oder? Dann kann ich rechts und links die ganzen Schränke stellen für die Gen-Sachen für die Schmetterlinge. Ich kann doch nicht die Tür mal abbauen. Doch, ganz gar nicht. Oh. Oh. Oh, der wäre echt zipfelzinnig. Der ganze Scheiss nochmal bauen. Oh. Oh. Das wäre zu viel. Nein. Kommt nicht in die Tüte. Nö, 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 nö. Na komm schon, doch 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 mal da an. Ja, oben geht's und unten ist auch nicht... Bin ich dran? Nein. Jetzt, 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 ja, das ist halt eine Spalt, aber das könnte man eigentlich tarnen als Gehweg, oder? Ja, so ein Gehweg rein. Kann ich da eine Tür reinzimmern? Das ist die Sackgasse. Ein Schlupfwinkel. Die Sackgasse. Komm mit ins Gettle. Was wird von mir? So ein, äh, 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 für Bordsteinfalten, ne? Ne, ich, ich blase es ab. Es hat alles keinen Sinn, weil jetzt habe ich echt schon rum und numm und nochmal zurück und vor. Baut den Scheiß ab. Ich bin nicht zufrieden damit und da bleibt es dabei. Offen lassen. Das wieder zurücknehmen. Mach mal da noch rein hin. Alles rein. Warte, das geht noch mehr. Warte, das geht noch mehr. So. Dann die Tür wieder rein. Ja. 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 Scheibe. Das kommt dann weg. Ja. Da braucht eine Tür. Wir gehen dann hier rein. Oder? Und machen von hier aus. Ja. So machen wir es. Und hier wird gegähnt. Hier wird gegähnt. Nein. Moment. Bitte. Meine Tastatur ist aus. Okay. Jetzt geht es wieder. Ich werde hier einen Cut machen. Macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und hier sind drei. Ja. Musik Wie bacterial ist.